Hallo meine Lieben, hallo meine Lieben, hallo meine Lieben, hallo meine Lieben. Darf ich gleich mal fragen, welche Sünde drückt ihr auf die Post? Buse muss sein. Kann denn Liebe Sünde sein? Aber ja. Danke, sie sind dein Schatz. Denomini, Patri, Filii, Espiritu Sancto. Schießt die los. Hat mich gefreut, hat mir wirklich gut getan. Dankeschön. I have no mistakes, I say that I'm a human. It's hard, right? Without woman. Ich muss sagen, ich kenne eigentlich niemanden, der seine Betriebe so gut im Griff hat wie unser Wolfgang. Wir, Priester, wir sind echte Menschenkenner. Was ist denn jetzt schon wieder? Aus welcher Anstalt haben die dich denn rausgelassen? Pass mal auf, du willst bei euch. Kannst du erst mal draußen warten? Ja, du denn, der hat ja auch was gesagt. Raus. Du bist so arrogant. Verstehe gar nicht, dass man dich überhaupt noch auf die Leute loslässt. Das ist ja ein Skandal. Wir müssen leider gehen. Wir sehen uns in der Hölle. Auf bald.